So, ich hatte recht, wie der Zug kommt, wieder erwartend, 25 Minuten zu spät, und so dann kann ich ja noch Zeit haben, für euch zu filmen. Der Hedge ist hier im Rückzug und ein fertiggestellter Rückzug, und hier ist gerade eine RE460, RE4, RE66 eingetroffen. Wohin sie fährt, und mit welchem Blitzzug sie überhaupt fährt, ist nicht perfekt, fährt auch in dieselbe Richtung, und hier ist sie gekommen, ist nämlich Schweiz zurück. Die ist jetzt offenbar angehalten, um umzupolen, beziehungsweise die Fahrtrichtung zu ändern. Da hinten, hinter der Brücke, steht eine 212er von Alstom. Die hat die letzte Brücke gefahren, und was man nur so ehrlich, was man nur so ehrlich, 460, gesteht. Das war's. 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 Ich kann dir das erraten, auch die Nummer kann ich nicht so ganz, denn die kann ich trotz des Zooms nicht ganz erkennen. Aha, jetzt macht es sich wieder zurückweg. Jetzt kommt es sich wieder zurückweg. Jetzt kommt es sich wieder zurückweg. Jetzt kommt es sich wieder zurückweg.